Wir haben jetzt hier schon unsere acht neuen Glühkerzen. Die wurden uns hier wieder von Febi zur Verfügung gestellt. Hier vorne ist der Glühstift, der glüht dann rot. Das werden wir nachher in dem Video noch testen, da wird der Georg das mal anklemmen. Gut, wir machen uns erstmal die Motorhaube auf, weil wir müssen natürlich vorne rein. Vorsicht, die Leitungen sind alt, können brüchig sein. Vorsichtig arbeiten. So, dann setzen wir uns hier unsere Zehner Langluss an. Wie gesagt, immer vorsichtig, weil die Dinger werden gern fest. Wenn die abreißen, dann habt ihr echt ein Problem, weil dann müsst ihr den ganzen Block zerlegen. Oh, die ist schon, sieht man schon, die ist schon gut schwarz. So, sagst du, geht raus oder geht nicht raus, die Seite? Falls Leute gibt, die jetzt nicht wissen, wofür Glühkerzen überhaupt sind. Also Glühkerzen sind eigentlich nur im Winter wichtig, sage ich jetzt mal, weil sie unter fünf Grad erst mit angehen, damit der Motor keinen Kaltstart in dem Sinn hat. Also sprich, die glühen vor, damit der Diesel zünden kann. Wenn du jetzt keine Glühkerzen hast, er geht zwar vielleicht auch an, aber sehr, sehr schlecht.